Nur zwei kleine wichtige Informationen. Die Cartoon Network Let's Plays, die ich demnächst starte, starten schon diesen Sonntag. Sie gehen von Anfang bis Ende April. Also Sonntag kommt das erste, die vier auf folgenden kommen an anderen Tagen. Das letzte kommt aber auf jeden Fall Ende April erst. Und die andere Info ist folgendes. Nächsten Dienstag veröffentliche ich wieder einen weiteren Rapsong. So, das waren die zwei Informationen. Mehr muss ich nicht sagen.